Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Overcooked 2. Erst begrüßt euch Milena und Jamie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So ist es. Wir stürzen uns wieder in die Wolken. Oh Gott. Help. Gleiche Aufnahme-Session heißt immer noch Halsweh. Aber läuft ja im Moment gut. Das ist aber eine kleine winzige Küche. Das könnte was werden. Nur Salat. Oh, das sind so ziemlich die Gerichte von ganz am Anfang. Ja, das ist cool. Das ist jetzt erstmal Entspannung pur, würde ich sagen. Du machst Gurke, ich mach Tomate. Und dann brauchen wir nochmal Salat. Oh, hier brennt was. Oh nein. Stimmt, Feuerlöscher. Du musst es löschen. Oh ja, die Kerze hier in der Mitte macht das. Oh, wo ist der Feuerlöscher? Ich weiß nicht. Den gibt es nicht. Es gibt keinen. Oh nein. Oh stimmt, das spuckt die ganze Zeit Feuer. Warte, hier ist ein ganzes Gericht fertig. Okay. Ein ganz großes. Oh ja. Ah, das ist ja cool. Naja, also ich schätze mal... Hm. Das ist echt cool. Nee, ich sehe keinen Feuerlöscher. Hätten wir einen Feuerlöscher, hätten wir es löschen können. Aber es scheint nicht so tragisch zu sein. Wir dürfen... Oh nein. Oh Gott, wir fliegen in den Sturm. Ich hätte bloß nicht sagen dürfen. Ein Sturm. Ein Ungewitter. Ein Ungewitter. Wir brauchen noch zweimal Salat. Ja, hier unten rechts. Ach, du heiliges Blechle. Oh mein Gott. Hier ist ein Teller. Oh Gott. Oh nein. Da kann man sich gar nicht konzentrieren. Ich will mir das drauf ein bisschen angucken. Oh, jetzt ist das die verschoben. Ja. Ich habe auch eine Gurke. Toll. Ich glaube, wir hätten gar nicht zweimal Gurke gebraucht. Brauchen wir doch nicht. Oh, ich... Ich bin Tomate. Ja. Nein, nicht da, wenn die Tomate... Ich kümmere mich um den Salat in den Teller zu... Ja, sehr gut. So, das Gericht hier ist fertig. Haben wir noch einmal Salat ohne... Ey, hihihi. Haben wir noch irgendwo uns fertigen Teller? Ich habe hier nochmal Salat. Ne, warte, ich wasch ab. Okay, ich mache dann noch Tomate. Dann haben wir schon mal Salat und Tomate. Ah, wir können die sauberen Teller nicht holen wegen der Flamme. Wir müssen außen rum. Au, ich habe mich verbrannt. Böse. Außen rum geht gerade aber gar nicht. Ach, jetzt. Oh. Oh nein. Ah, was? Oh Gott. Oh Gott, was geht ab, Leute? Äh, wie? Oh Gott. Wo sind wir? Hilfe? Hallo? Ah! Hier, okay. Okay, äh, das ist jetzt aber, äh, das ist, äh, hallo? Oh nein, wir können gar nicht überall irgendwas hinstellen. Oh, ich will es auf den Förderbändern ist alles jetzt. Und jetzt kommen, glaube ich, auch andere Gerichte. Wo ist denn das Abgabeteil? Oh, oben. Äh. Oh ja, jetzt. Warte mal, der Teller ist verkehrt. Schnüppel zu dem Salat? Ja, aber du musst oben hingucken. Gleich, äh, müssen wir Sushi machen. Ja, warte. Äh, nee, warte, hier doch. Warte. Das ist auch ein Fettig. Wo ist noch Teller? Oh, wir müssen Teller abwaschen. Ja, ich kümmere mich drum. Alter, wie krass. Warte mal, wir brauchen jetzt nochmal Salat. Mhm, schneide schon mal alles. Okay, und dann brauchen wir... ...die Blätter. Und Reis. Ah, jetzt pusht der Reis weg. Wo sind denn die Töpfe? Oh, da ganz hinten. Boah, wir haben auch wieder eine Minute. Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Okay, ähm, kümmer du dich um die Sushi-Gerichte und ich mach erstmal noch die anderen Gerichte von oben auf den Heißluftballon fertig. Okay, ich weiß gar nicht, ob das alleine wirklich geht. Irgendjemand muss schon wieder abwaschen. Oh, Mama. Der Reis, der Reis. Oh nein, der Reis. Dann müssen die Teller kurz warten. Oh. Oh nein. Aber dass uns noch nie was verbrannt ist. Ja, äh, ich kann das nicht mehr abstellen, in den Reis. Oh nein, der zweite Reis verbrennt. Oh, keine Trophel. Katastrophel. Ich brauche Teller. Kann ich das von hier aus auch abwaschen? Ja, wir machen zu zweit. Wir machen zu zweit. Das geht schneller. Ich brauche noch Fisch. Wo ist der denn? Oben. Oben, links, oben, links. Wir müssen ein Engengericht noch fertig kriegen. Los. Ja, äh, ganz schlecht. Ich gehe Salat schneiden, Salat schneiden. Schneide Salat. Ja, ich habe aber Fisch in der Hand. Oder nee, schneide Tomate, Tomate. Tomate. Ich habe immer noch. Nimm das da weg. Nimm das da weg. Ich habe immer noch den. Oh nein. Ich hatte noch den Fisch in der Hand. Ah, aber es ist trotzdem okay. Ja. Sehr cool. Die freuen sich, die beiden. Ja, so, wenn die sich freuen, dann, äh. Dann freuen wir uns auch. Geht es auch unserem Heizweg gut. Okay. Das war, das war voll cool, dass wir da abgestürzt sind. Fand ich irgendwie cool. Äh. Äh. Was will ich? Ich glaube, wir müssen, äh, zu diesem Haus, Dings, Bombs. Ja. Oh, zum Thronsaal. Ach, der Herr König erwartet uns wieder. Hm. Glaube ich, oder? Äh. Hallo. Hallo, Herr König. Oh, ich kann mit dem reden. Ja, warte. So. Also, das nenne ich mal ein richtiges Abenteuer. Und das war ja erst der Anfang. Ihr müsst noch viel über die Zusammenarbeit lernen. Und wir können die Unboten nicht ewig aufhalten. Als nächstes müsst ihr raus in die Wildnis. Ich hörte, dort gäbe es ein paar Aromen, die selbst die hungrigsten Gemüter zufriedenstellen können. Wuff. Hetzt mich nicht. Aber er hat recht. Ihr müsst jetzt los. Und ich will mehr von dem köstlichen Teamwork sehen. Ja. Wuff. Keine Zeit zum verlieren. Ja. Äh. Okay, tschüss. Ich glaube, das war's. Können wir auch mit ihm reden? Mit ihm? Oh nein, nein. Ich will das nicht nochmal. Wenn wir mit Kevin reden, sagt er wahrscheinlich auch nur Wuff. Ja, ist doch gut. Jetzt müsste sich ja das nächste Level auftun. Ich denke mal, ja. Oder wir müssen Kevins Level sch... Ne. Tatsächlich. Ne, jetzt. Das ist cool. Ui, im Wasser. Wir waren auch schon jetzt lange nicht mehr beim... Wasser. Cool. Beim König. Oh, ab ins Wasser. Yay. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Oh Gott. Okay, aber das machen wir noch. Ja. Es sieht cool aus. Ja, also gestaltet sind die Level auf jeden Fall cool. Ja. Das stimmt. Das ist nach richtig fun. Zum Werfen drückst du... String. Links String. Äh, das ist doch aber die Taste, mit der wir... Achso, mit der wir zerhacken, okay? Ja. Nur Rotzutaten können geworfen werden. Oh Gott. Oh Gott, ich hab gar nicht startet drückt. Okay, zwei Minuten zwanzig. Äh, was brauchst du? Was muss ich hier rüberschmeißen? Irgendwas rohes. Kartoffeln oder Hühnchen. Warte. Ich glaub, Hühnchen. 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 Ich glaub, Hühnchen. 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 Warte mal, ich glaub, die Kartoffel muss in die Fritteuse. Nö. 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 Ich glaub, eher, dass Hühnchen muss in die Fritteuse... Oh, ja, was für Recht. Hühnchen. Oh, wir schneiden hier Pommes. Pommes ist schon ein fertiges Gericht. Äh, Moment. Ich kann diese Kartoffel nie gar nicht schneiden. Pommes ist ein fertiges Gericht, das ist gut. Ja. Äh, Fritteuse. Ich... Ich kann irgendwie... Oh, da schwimmen die Hühnchen. Was? Da schwimmen... Da ist grad die Hühnchen weggeschwommen. Ey. Warte mal, was muss denn noch in die Fritteuse? Äh. Was mach ich denn mit dem Hähnchen? Ey, warte mal. Ach nee, das Hähnchen... Warte mal. Oh nein, Jamie ist aus dem Server geflogen. Äh. Katastrophe, meine Pommes verbrennt. Warn. Okay, ich würd sagen, wir starten das Level gleich nochmal. Jo. So, weiter geht. Jamie ist wieder am Start. Wir müssen leider nochmal als Hauptmeni zurück. Kartoffeln. Ich glaub, ich brauch nur die Kartoffeln. Genau, ich glaub auch, du brauchst nur die Kartoffeln. Also werd ich dich mit Kartoffeln... Oh, die Kartoffeln links. Vorsicht, sonst kriegst du sie an Kopf. Denn das Hähnchen kommt hier... Ach und... Nee. Die Pommes musst du dann nochmal frittieren? Ich glaube, du musst das doch... Ähm... Ja, genau. Du musst aber, glaub ich, das Hähnchen doch irgendwie bearbeiten. Okay. Mach mal, weil ich glaub, ich kann's sonst nicht in die Fritteuse packen. Es soll ja beides in die Fritteuse, ne? Oder? Ich weiß nicht. War das schon fertig jetzt? Ja, das ist fertig. Okay, Moment, dann können wir... Oh, und dass man das jetzt auch noch wieder zurückpacken muss, ne? Mhm. So, Moment. Wah, nein! Hilfe! Pommes! Ach, wenn wir den Teller vorher nehmen, dann packt er das schon automatisch drauf? Ja, ja. Okay, warte. So? Ah, siehste, so cool. Warte, zwei Kartoffeln kommen? So, ja. Bitteschön. Autsch! Äh, noch eine Kartoffel? Wenn ich den Teller nehme, dann packt die das automatisch drauf. Ah, aber mein Gott, wie soll ich das denn merken? Ah, nein! Okay, das war jetzt nicht besonders schlau. Okay, schmeiß rüber da. Und ich kann auch wirklich nur Hähnchenstücke. Schmeiß! Ah! Okay, nee, warte mal, das ist hier schon. Dann kann ich ja hier nochmal... Hast du schon Hähnchengericht eigentlich schonmal fertig gemacht? Nein, das ist ja gerade... Ja, wir müssen echt aufpassen, dass wir das... Aber jetzt ist das gleich fertig. Warte. So, zack. Zack. Okay, Hähnchengericht war fertig. Ja, hier. Sehr cool. Oh, müssen wir eigentlich abwaschen? Ähm, nee, ich glaube, abwaschen müssen wir dieses Mal wenigstens nicht. Oh, ich weiß gar nicht, ob die Pommes hier wirklich fertig waren. Doch, doch, doch. Hihihi. So, äh, ich kann nichts machen. Nein, leider. Da rechts, das Hähnchen, das Hähnchen, rechts, rechts! Das Hähnchen! Ja, Hähnchen! Und du konntest mir sogar direkt in die Hand werfen. Ja, das war aber jetzt... Ich hab mich gedrückt und... Das war nur Zufall. Ich hab's direkt in die Hand. Uah, da verbrennt was! Uah! Was ist das? Äh, weg damit! Äh, nein! Oh mein Gott, ich brauch nen Teller. Das kann nur auf den Teller abgelegt werden. Äh, die Pommes sind fertig! Die Pommes sind fertig! Schnell, schnell, schnell! Die Zeit läuft ab! Ja! Ah! Oh nein! Ich konnte nicht mehr drücken. Guck mal, wie sie da steht. Puh! Alter, hier hagelt's gerade. Geht ja richtig ab gerade. Ja. Aber... Ja, Kevin ist nicht so ganz so froh, aber ich glaube, es ist okay. Also ich bin froh, dass wir überhaupt ein Stärbchen haben. Ja, der Zwiebelkönig freut sich, aber Kevin denkt sich so... Hm... Ja, der ist... Geht besser! Echt zurückhaltend. Ja. Oh, wir haben eine neue Köchin dazu bekommen. Oh, cool! Hallo! Geht's! So, und dann würde ich aber sagen, das reicht denn jetzt auch. Also zwei Level, das ist schon... Das reicht, glaube ich. Ja, 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 ja. Okay, ihr Lieben. Äh, wir checken mal kurz ab, was... Äh, wo ist der? Da. Da oben. Das mit dem Schlauchboot finde ich so lustig. Moment. Jetzt sind wir wieder in den Wolken. Wir checken mal kurz ab, was... Ah, was als nächstes kommt. Wir sind wieder in den Wolken. Oh ja, wir sind wieder in den Wolken. Das ist cool. Also, ihr Lieben, wir werden uns jetzt hier von euch verabschieden. Und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ihr seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und tschö, Mitte! Tschö! 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 Musik Ansonsten, ein Dänker, Kai! Tschö!